Eine wichtige Orientierung beim Gerätekauf bietet das Energielabel, das sehr viele Geräte von der Waschmaschine, Kühlschrank bis hin zum Geschirrspiel und zum Wäschetrockner finden. Die Effizienzklassen geben Auskunft darüber, wie effizient das Gerät ist. Das heißt, Sie haben die Klassen von A++++ bis D. Wichtig ist aber auch, dass Sie auf den Neues Energieverbrauch schauen, der wirklich Auskunft darüber gibt, wie viel Strom das Gerät pro Jahr oder hochgerechnet auf die gesamte Lebensdauer braucht.